Hallo Leute, herzlich willkommen an unserer Realschule. Mein Name ist Nicole, ich gehe in die fünfte Klasse. Leider könnt ihr heute nicht zu uns kommen oder gar nicht, weil es Corona-Mehrregeln gibt, deshalb kommen wir zu euch und ich zeige heute unsere Schule. Also, dann kommt mal mit. Als erstes zeige ich euch unser Außengelände. Hier sind unsere Toiletten. Hier ist unser großer Schulhof, der leer ist, weil die Kinder im Unterricht sind. Aber normalerweise ist hier richtig viel los. Hier holen sich die Kinder, hier frühstücken sie, hier spielen sie zum Beispiel Tischtennis oder hüpfen sie auf den Stein oder spielen Fußball auf der großen Wiese. Dort ist unser Hauptgebäude. Bestehend aus Kellergeschoss, Erdgeschoss, Erste Etage und Zweite Etage. Hier ist unsere Sporthalle. Da findet leider kein Sport statt, weil Corona ist, aber ich zeige sie euch trotzdem. Das ist der 5er und 6er Schulhof. Wenn es den Kindern dann auf den Schulhof der größeren zu wild wird, dann können sie auf den 5er und 6er Schulhof gehen. So, jetzt habe ich euch das Außengelände von unserer Schule gezeigt. Und jetzt zeige ich noch das Wichtigste. Das große Wir. Also an unserer Schule ist das Wir unser Motor. Das heißt jetzt zum Beispiel, dass das Wir fließt unsere Schule an, also es leitet sie einfach. Wow, danke. Hi, ich bin der Silas. Ich gehe in die 5b. Ich möchte euch jetzt unser Schulgebäude von innen zeigen. Hier ist der Eingangsbereich. Hier kommt man zu den einzelnen Klassenräumen. Nach vorne ist das Sektariat und das Lehrerzimmer. Ach, übrigens, unser Mac-Banner wurde eingeweiht am 6.06.2019. Und finanziert wurde das von dem Gewinn der Sparderspendenwahl und das Jahr darauf haben wir sogar 5.000 Euro gewonnen, was wir auch wieder gut einsetzen werden. Hier ist der Schulsanitätsdienst, auch genannt als unser Krankenzimmer. Hinter mir ist direkt das Lehrerzimmer. Hier ist das Sektariat von Frau Knurra und die wollen wir jetzt mal besuchen kommen. Hallo! Ich habe euch gerade schon draußen gehört. Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr möchtet bestimmt jetzt auch ein bisschen was über das Sekretariat erfahren, in dem ihr euch gerade befindet. Ja, also das hier ist mein kleines, schönes, helles Reich, in dem ich mich jeden Tag von 8 bis 13 Uhr aufhalte. Da kann man mich in der Zeit immer erreichen. Ja, ansonsten bin ich eigentlich dafür da, um Gespräche von Eltern und Kindern entgegenzunehmen, Schulbescheinigungen in den Pausen auszustellen, Anträge für Schokoticket und alles, was irgendwie mit Verwaltungskram zu tun hat, passiert eigentlich hier. Könnt ihr hier abholen und so weiter und so fort. Das passiert alles bei mir. Ja, ansonsten habe ich direkt nebenan unseren Schullader, den Herrn Ponten sitzen. Die Tür ist jetzt gerade zu, weil der eigentlich auf mich wartet, weil wir einen Termin zusammen haben. Genau, deshalb kann ich mich auch gar nicht... Oh, da kommt er sogar herein! Deshalb kann ich mich auch jetzt gar nicht mehr so lange fassen, aber ich finde das ganz, ganz toll, dass ihr so einmal durch die Schule geht und es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und jetzt mache ich auch weiter mit Herrn Ponten und wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß. Danke! Tschüss! Tschüss, Frau Knurra! Das hier ist unser Trainingsraum. Wow, Silas! Und was ist der Trainingsraum für ein Ort? Was macht man hier? Also, der Trainingsraum ist ein Ort, wo Kinder über ihrem Verhalten nachdenken, wenn sie den Unterricht stören, alles was unnötig ist, Papier werfen oder quatschen oder so. Wir haben den Trainingsraum extra an unserer Schule, weil jeder Schüler oder Schülerin das Recht hat, ungestört zu lernen und dass die Lehrperson auch das Recht hat, ungestört zu unterrichten. Und warum, damit wir später alle gute Noten kriegen. Hier gehen auch Kinder hin, die zu spät kommen, um sich einen V-Schein abzuholen. Warum die Schule das so macht, weil, damit die Kinder lernen, pünktlich zu kommen. Hier ist der naturwissenschaftliche Bereich. Den möchte ich euch jetzt mal zeigen. Kommt mal mit! Da hinten sind zwei große Chemieräume. Dann haben wir hier den Bioraum. Jetzt wollen wir mal gucken, was da so drin los ist und da drin so passiert. Wir drehen einen Film für die Grundschüler. Ja, dann schaut mal hier, was ich habe. Das sind Insekten, die aussehen wie Blätter. Man nennt sie auch die wandelnden Blätter. Und das machen sie, um sich vor Fressfeinden zu tarnen. Schaut mal. Wow, cool. Aber leider müssen wir jetzt schon gehen. Jetzt schon? Ja, schade. Aber ich wünsche euch viel Spaß noch bei dir. Ja? Macht's gut! Ciao! Was ist das Wir für dich? Egal, ob ein Mensch dick, dünn, klein, groß ist, dass wir alle gleich behandelt werden, dass wir zusammenhalten, weil wir sind eine Schule und wir sind ja auch ein Team. Und ja, dass wir uns helfen und ja. Wir befinden uns hier gerade vor Raum 106. Hier unterrichtet die Frau Nass. Und die wollen wir jetzt mal besuchen. Und die wollen wir jetzt mal besuchen. Komm. Und was möchte ich loswerden? Und was möchte ich loswerden? Was gibt dir denn Halt? Und mir gibt halt meine Familie, meine Freunde, die Lehrer hier an der Schule. Und was möchtest du abgeben? Was soll ins Meer und weg gespült werden? Also die stimmischen Corona-Zeiten, die ich eigentlich nicht mehr so habe. Weil die doch belastend sind für alle, ne? Und du, was gibt dir Halt? Mir gibt es halt meine Freunde, weil die immer für mich da sind. Und meine Familie, weil die auch immer für mich da sind. Und meine Religion, weil ich fest daran glaube. Das ist schön, dass glaube ich, dass das ein fester Halt für dich ist. Und was gibst du ins Meer? Die schweren Corona-Zeiten, weil das alles neu ist. Vielen lieben Dank. Danke vor allem, dass Silas und ich mal einmal hier gucken durften bei euch. Und ich muss auch sagen, du hast eine wirklich ganz, ganz tolle Klasse, Frau Nass. Boah, wow. Ganz liebevoll. Oh, danke. Danke, dass wir kommen durften. Tschüss. Jetzt möchte ich euch eine Deutsch-Stunde an unserer Schule zeigen. Hallo, wow. Was macht ihr denn hier Tolles? Ja, wir machen gerade Deutsch-Unterricht. Und wir haben heute unsere Einstiegsstunde zum Thema Märchen. Hier haben wir einen Märchenwald dekoriert. Und die Kinder haben gerade schon verschiedene Märchen erzählt. Wir haben schon von den Bremer Stadtmusikanten gehört. Von Rotkäppchen und dem Wolf. Und gerade noch das Märchen von den Sterntalern. Ja, und jetzt machen wir hier auch weiter. Das war ein kleiner Einblick in den Deutsch-Unterricht. Hier ist unsere wunderschöne Aula. Die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Oh, hier ist ja unsere Schulleitung. Herr Ponten und Frau Bonnekamp. Hallo. Ja, wie ich sehe, geht es jetzt darum, die Aula auch zu filmen. Ja, eigentlich findet hier in unserer Aula, wie man sieht, ist ja schön lichtdurchflutet. Andere Veranstaltungen statt. Und zwar ganz schöne Veranstaltungen, die wir hier mal haben. Jetzt im Moment nutzen wir die Aula für unsere Lehrerkonferenzen, weil wir hier dann ganz viel Abstand haben. Wir haben natürlich auch die Bühne, wo wir ein bisschen was an die Wand beamen können, wo wir alles besprechen können. Und ich freue mich schon wieder drauf, wenn wir endlich wieder andere Veranstaltungen hier in der Aula machen können. Endlich auch wieder die Schüler begrüßen können, die Tische rausräumen können. Ja, und was machen wir sonst so für Veranstaltungen immer, Frau Bonnekamp? So, Silas, du und alle deine Mitschülerinnen und Mitschüler, ihr wurdet ja draußen begrüßt, ne? Ja, dieses Jahr, weil ja schon Corona war, aber normalerweise findet das hier in der Aula statt. Dann sind alle Kinder und alle Eltern hier versammelt. Wir hoffen, dass das bald mal wieder stattfinden kann. Und natürlich findet hier unsere FDS-Talentshow statt. Auf dieser Bühne, da können alle Kinder mitmachen, das ist immer toll. Ne, Frau Zäumer? So, ist Frau Zäumer denn schon mit drauf? Wir übernehmen mal ganz kurz. Ja, die Talentshow, das ist was ganz Besonderes. Das haben wir uns einfallen lassen, weil wir festgestellt haben, dass unsere Schülerinnen und Schüler talentiert sind. Und wir wollten den Kindern mal eine Bühne bieten, um das auch mal zu zeigen und eine Anerkennung zu bekommen. Das kann was ganz Kreatives sein, singen, ein Instrument spielen, aber auch was mit dem Unterricht zu tun hat. Und ja, das ist was ganz, ganz Besonderes. Dann ist hier immer alles voll. Die Eltern kommen, es gibt Eintrittskarten und eine ganz tolle Sache für die Schülerinnen und Schüler. Und ja, das war's. So, Silas, du erklärst uns mal bitte kurz oder auch allen, die uns zugucken, wie dieser Film gemacht wird. Weil wir uns gerade darüber unterhalten haben, ob wir das vielleicht nochmal machen. Weil das jetzt nicht so geplant war, was wir sagen und auch nicht, dass wir die Frau Zäumer mit drauf nehmen. Dann hat der Herr Ponten als Schulleiter gesagt, ach, vielleicht machen wir nochmal. Nee, ehrlich gesagt, hab ich das gesagt. Und dann hast du was gesagt? Und zwar, es gibt nur ein One-Take. Wir machen alles in einem durch. Es gibt leider kein Two-Take. Dann macht man bei einem Two-Take, macht man normalerweise so, dass man bis zur Hälfte geht, Pause und dann die andere Hälfte macht. Aber wir machen nur One-Take, alles in einem durch. Und weil das bei uns so ist, dass wir auf unsere Schüler hören, also wenn sie recht haben, machen wir das so. So fühlst du dich hier wohl, Silas? Ja, ich fühl mich hier sehr wohl. Ja, bitte, was ist das? Kannst Besseres hier? Ja, schön. Also, dann bin ich mal gespannt, wie der Film wird. Alles in einem, in einem durch. Und freue mich schon drauf, wenn wir das Endergebnis dann gemeinsam uns angucken können. Danke, super. Bitteschön. Jérôme, was bedeutet das Wir für dich? Also, das Wir bedeutet für mich, und zwar das Herz dieser Schule und das Herz sind die Kinder. Und jeder, der untergeht, werden wir hochziehen und helfen, weil wir müssen jeden akzeptieren, so wie er ist. Und nicht nur wegen Krankheiten oder unter wegen Stottern, was ich habe. Und zwar, wir ziehen jeden hoch und respektieren jeden auf dieser Schule. Danke. Hier ist unsere Lerninsel. Die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Das ist aber ein schöner Raum, ne Silas? Wow, hallo. Herzlich willkommen zur Lerninsel. Lerninsel. Ja, also hier können die Schüler ab Stufe 7 nach der vierten Stunde hinkommen, ihre Hausaufgaben machen oder wir üben nochmal was. Und wenn sie fertig sind, können die auch hinten gemütlich in unserer Couch-Ecke noch Spiele spielen oder einfach ein bisschen quatschen, sich noch ein paar Vokabeln abfragen. Ja, für Stufen 7 bis 10. Ja, danke schön. Dann macht mal schön weiter. Viel Spaß und Erfolg noch beim Lernen. Tschüss. Frau Zollmer, da ist jemand am Handy. Du hast recht, Silas. Bin nett, guten Morgen. Ja, sorry. Ich habe gerade nur in der App geguckt, was wir für die Arbeit lernen müssen. Welche App? Die FDRS-App. Oh, zeig mal. Das ist ja cool. Da hat der Herr Habel geschrieben, was ihr alles braucht. Cool. Das ist ja super. Und was kann die App noch? Also man kann halt einfach, man kriegt Termine für Events oder Sonstiges und da werden die Lehrer auch sagen, was man für Arbeiten und so alles machen kann. Hört sich mega gut an. Okay, aber jetzt Handy weg und viel Glück bei der Englischarbeit. Hier sind wir vor der Sporthalle. Die Nicole hat sie euch schon gezeigt. Ich zeige euch jetzt aber die Yoga AG. Hi, hallo. Willkommen zu Yoga AG. Ja, das war jetzt gerade der Sonnengruß und vielleicht ist nächstes Jahr der ein oder andere von euch auch mit dabei. Oder auch vielleicht in einer anderen AG. Wie zum Beispiel, fällt euch noch was ein? Mir jetzt gerade fällt spontan ein die Fußball AG, die Schach AG und die Mädchen AG. Wow, das klingt super. Danke, dass wir einmal kurz stören durften. Macht einfach weiter. Viel Spaß noch. Tschüss. Hier ist einer von unseren Differenzierungsräumen. Lass uns mal reinschauen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Entschuldigung, die Störung. Wir haben uns gerade nur gefragt, was ist denn ein Differenzierungsraum? Was macht man hier? Ja, in dem Differenzierungsraum, da sind wir ganz oft mit Kindern im gemeinsamen Lernen. Dann üben wir hier. Jetzt gerade machen wir zum Beispiel Englisch. Christmas Time ist unser Thema. Und hier haben wir ein bisschen mehr Ruhe zu arbeiten. Einfach. Dankeschön. Dann viel Spaß euch noch. Tschüss. 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 Was bedeutet das Wir für dich? Das Wir bedeutet für mich wohlfühlen, weil ich fühle mich hier richtig wohl. Das ist quasi wie mein zweites Zuhause. Und das liegt auch an den Lehrern. Die Lehrer sind super lieb. Und die sind auch immer füreinander da. Und die sind auch immer für uns da. Danke. Bitte. Ich habe euch jetzt die Schule von innen gezeigt. Ich hoffe, ihr habt einen super Einblick gehabt. Nächstes Jahr, wenn ihr euch entscheidet, hier hinzukommen. Wir heißen euch herzlich willkommen. Musik 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 Musik